So, wir testen nochmal den Vulkan. Ich hoffe, dass dieser kleine Bug jetzt nicht nochmal auftritt. Dem war es nämlich so, dass wenn man rausgefallen ist, dass man quasi keine 5 Strafschläge bekommen hat. Und ja, hab jetzt wieder die alten Einstellungen. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich hab die erste zum Beispiel beim Hold-in-One geschafft, die erste Runde. Den ersten Schlag. Ich hab die erste Runde. Wie gesagt, mit den klassischen Einstellungen. Ach, diesmal nicht. Schnell genug. Ha, ha, ha. Zwei. Ja, ich auch. Schade, ich hätte es gerne wieder mit einem wieder versucht. Ja, so wie Baby. Ja, ja. Aber jetzt scheint es wieder, ich höre es ein bisschen zu funktionieren. Ich weiß gerne, hätte. Zwei. Das ist ja immer, der hat mich da die Strafe gegeben. Man ist auf dem normalen Feld gelandet und schon war es zu Ende. So. Komm jetzt. Oh, ich komm's gar nicht mit der Herr. Jawoll. Nein. Das ist nicht wahr. Bei mir bleibt er liegen. Bei mir ist er liegen geblieben oben. Mhm. Ach, Mann. Unfair. Ich will neu starten. Hehehe. Ja, das ist nicht wahr. Alter, ernsthaft? Töre dich auch. Ey. Der hilft von mir immer wieder raus. Was ist denn der Scheiß? Bei mir sagt er... Fünf Schläge. Sei froh. Das macht er bei mir nämlich nicht. Du musst auch wieder fliegen, ne? Ja, du musst den Jetpack schließen. Ach, das sagt mir jemand. Ja, das zählt bei mir aber nicht. Ach, lecker. Ah, das ist scheiße so. So, ich dachte, okay, kein Problem, man kriegst du so hin. Nee, 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 schlagen, schlagen, nicht. Oh, nee, das... Mann! Die Runde mag mich nicht. Ja, das ist halt 14. Ja, das ist halt so. Herzlichen Glückwunsch. Tja, das ist nett, dass du mir sagst, komm, ich darf gar nicht da durch. Bogey. Ach, Mann. Nein. Roll dir doch einen zurecht, ey. So, jetzt mal hin. Das ist nicht wahr. Der rollt oben drüber über das Loch und springt wieder runter. Oh, so schlimm gerade. Und jetzt? Das ist... Das war's für heute. Oh, nicht schlecht, Baby. Nicht schon wieder. Kann auch sowieso stark im Behängnis werden, Leute. Hä? Ah, okay. Ah, ja. Ach, Mann. Das sind aber auch Löcher. Wer kommt auf so eine Idee? Aha. Jetzt bin ich irgendwie ganz oben. Bogey. Und daneben. Ja, ist ja klar. Jetzt. Double bogey. Was sind denn das für Löcher? Ja, das sind geil. Da waren die Maps letztes Mal echt schöner, muss ich sagen. Ja. 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 Es ist gleich alleyped Media... Ja. 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 竟 ist ein blinderes Kapitel. Ha. ein bisschen dollar ein bisschen dollar genau ja ein bisschen doll ich habe weniger gehabt und er holt mir ich habe auch ein baby eigentlich gemeint aber gut bei mir springt er wieder raus jetzt acht schläge reißer ist das leute für maps alter da hat zumindest mal durchgekommen bis hinten naja ist gut das ist gut das ist gut das ist gut nicht wieder runter bogey man ja spiel wenn du mir ein reindrücken wird dann macht das doch mit so unzufrieden oder spielweise also hat es heute aber auch als händchen dafür die echt abstrusesten maps auszusuchen bis jetzt aber der geht da drauf und springt wieder raus weiß und wollte noch ein paar kilometer weiter das ist das was mich gerade ein bisschen an kurz dass die regelmäßig noch einen reingedrückt bekommst im spiel was ist das das ding fängt sich ab und ich weiß nicht wieder runter oder wie soll denn das gehen bekommst der geht ja gar nicht der geht ja gar nicht so weit weg der kommt gar ich werde auch wieder immer nur runter gedrückt jetzt ach man ist wieder rausgerutscht aus mir doch jetzt acht schläge ich bin zumindest oben drüber das ist lächerlich ich oh mein gott wenn ich das drin hast oh mein gott vorsicht du musst am ende auch noch durch so ein beamer durchkommen also nicht einfach nur durch die röhre ich bin doch in der röhre drin was ist das für ein bullshit jetzt und neben dem dinge also das sind echte maps muss ich ganz ehrlich sagen ganz schlimm meine hatte ja die angewohnt hat jedes mal wieder aus dem loch raus zu hüpfen der schon drin in dem loch springt raus und dann wieder oben muss mit voller kraft das grüne was der stein abgekriegt ja geht aber ist aber mir spricht dann der holte runter über das loch und spricht da wieder um rein obendrauf um liegen so das ganze noch 14 jetzt müssen wir da hoch rüber oder was naja mal hinter oben naja immerhin so wird beide mit dem ersten schlag oben gelandet ja das gibt's doch nicht das gibt's nicht zumindest mit acht schlägen ja so in es Okay. Hast du das jetzt Spiel oder willst du mir noch einen reindrücken? Komm, ich weiß nicht noch alles auf der Map. Ja, nee, ist klar, Alter. Sei froh. Mein Spiel mag mich nicht. Zack, zack, zack. Und dann wird es wieder rausgeschleudert. Naja, fünf. Zwei mal ein paar. Das ist grottig gerade. Das ist grottig einfach gerade. Aber egal. Wir wollen ja auch mal alle Web zeigen. Das ist 97 Schläge. Ich komme schon wieder bei 100. Nein, das ist doch mal. Nein, der rollt wieder runter. Der Fahrer auf der Albenbahn. So, wo muss man jetzt lang? Wir hoch oder was? Irgendwo. Hä? Wird schon wieder sagen, Richtigkeit haben wir. So, warum machen wir es denn? Ach. warum auch du immer schon wieder am ziel bist mit fünf schlägen also ich habe zehn schläge so schlecht what the fuck ja was wie okay okay falle das loch jawoll nein ist ja das ist nicht wahr oder ich war schön da kann sie kaufen jetzt wird sie da an start gesetzt oder mein glück ja das ist du kannst dich gar nicht von dem loch positionieren weil er jetzt von den ding hat auch weg naja immerhin da drin du bist eigentlich genau den winkel da oben treffen mit voller kraft ja 11 schläge naja 117 bis zu der stelle war das sogar eine ganz coole also das mit einem punktweise bei mir ist es regelmäßig letzte platz momentan aber ich immer so 14 der dinger dabei habe weil die bälle bei mir quasi wieder raushüpfen gerne mal okay haben wir noch nicht wie viele maps haben wir noch nicht bis jetzt weiß es nicht ich muss gleich gucken wir haben mit dem 1 2 3 wenn ich sehe aber vier stück noch nicht so heute mit dem wald aber sowas nicht heute sondern morgen